Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 11. Januar mit Zoe Tassovali. Schön, dass ihr dabei seid. Gestern ging es ja hier in unserem Podcast unter anderem um die neuen Corona-Tests an den Essener Grundschulen. Jedes Kind gibt ja jetzt zwei Proben ab. Erst werden alle zusammen ausgewertet und nur wenn das positiv ausfällt, wird nochmal jede einzelne Probe ausgewertet. An der Hövelschule in Altenessen war heute Morgen gar kein Ergebnis da. Die Eltern sollten ihre Kinder deshalb zu Hause lassen. An der Kalfunke-Schule in Heisingen gab es in einer Klasse einen positiven Fall. Welches Kind Corona hat, ist aber noch nicht klar. Die ganze Klasse musste deshalb heute zu Hause bleiben. Die Schulleiter sagen, dass die Labore mit den vielen Tests auf einmal nicht hinterherkommen. In einer Radio-Essen-Stichprobe sagt nur die Antonius-Schule in Freisenbruch, dass sie rechtzeitig alle Ergebnisse bekommen hat. Dort sind alle Kinder negativ. Die Ruhr bei uns in Essen, die führt aktuell deutlich mehr Wasser als sonst. Auch der Dahlbach in Kupferdreh und andere kleinere Bäche sind ziemlich voll. Der viele Regen hatte die Flüsse und Bäche ansteigen lassen. Der Ruhrverband im Südviertel hat Ende letzter Woche sogar ein erstes kleines Hochwasser verhindert. In den Talsperren wurde viel Wasser zurückgehalten, heißt es auf Radio-Essen-Nachfrage, damit der Pegel nicht noch mehr ansteigt. Aktuell liegt er an der wichtigsten Messstelle für Essen bei 3,75 Meter. Normal sind etwa zwei. Von den Werten des Jahrhunderthochwassers letzten Sommer ist das aber weit entfernt. Der ehemalige Arzt der Uniklinik, der einen Corona-Patienten getötet hat, muss bald wieder vor Gericht. Er war erst im November wegen Totschlags verurteilt worden, weil er einem Corona-Patienten ein Mittel gespritzt hatte, das dessen Tod beschleunigte. Dafür wurde er zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Schon damals waren zwei ähnliche Fälle bekannt, sie waren aber noch nicht so weit, dass es für eine Anklage reichte. Das hat sich jetzt geändert. Im April soll der Prozess voraussichtlich beginnen, einen genauen Termin gibt es aber noch nicht. Die Spielemesse bei uns in Essen hat einen neuen Eigentümer. Der alte wurde von der Spielwarenmesse EG übernommen. Sie organisiert auch die Spielwarenmesse in Nürnberg. Der Eigentümerwechsel ist aber eher ein formaler Akt. Für die Besucher und die Messe selbst soll sich nichts ändern. Sie soll wie bisher auch in der Messe Essen stattfinden. Die nächste ist für den 6. Oktober geplant. Die Spielemesse hier in Essen ist die größte weltweit. Letztes Jahr waren trotz vieler Corona-Beschränkungen fast 100.000 Besucher da. Von der Spielemesse zur Eislaufbahn auf Zollverein. Auch die hat trotz Corona einen bemerkenswerten Besucherrekord eingefahren. Am Sonntag ist die Veranstaltung zu Ende gegangen. In den fast fünf Wochen davor kamen rund 31.500 Besucher zum Schlittschuhfahren und Eisstockschießen. Hilfreich war unter anderem das gute Wetter, sagen die Organisatoren. Sie mussten die Eisbahn an keinem einzigen Tag schließen. Wegen der strengen Hygieneregeln gab es zwischendurch längere Wartezeiten, vor allem abends und am Wochenende. Die Besucher seien aber sehr verständnisvoll gewesen. Die Eisbahn an der Kokerei auf Zollverein gilt als eine der schönsten in ganz Europa. Und zu einer letzten sportlichen Meldung, denn der Essener Firmenlauf soll in diesem Jahr wieder auf regulärer Strecke stattfinden. Gestartet wird an der Hüssenallee in Rüttenscheiz, an der Tummelwiese im Grugerpark soll dann Schluss sein. Letztes Jahr fand der Firmenlauf wegen Corona ausschließlich im Grugerpark statt. Er wurde außerdem auf drei Tage aufgesplittet, damit nicht zu viele Läufe auf einmal starten. Dieses Jahr soll wieder an einem Tag gelaufen werden. Geplant ist der 22. Juni. Die Anmeldung dafür startet im Februar, das genaue Datum steht aber noch nicht fest. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Nacht ist es anfangs noch eher locker bewölkt und leicht frostig. Später verdichten sich die Wolken immer mehr, es regnet aber nur selten. Außerdem Achtung, es wird wieder glatt auf den Straßen. Und die nächsten Nachrichten aus Essen gibt sie bei Radioessen wieder morgen früh zu hören. Wie immer ab 6 Uhr. Euch jetzt allen einen schönen Dienstagabend. Bis morgen. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radioessen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de Und überall da, wo es Podcasts gibt.